jo leute und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal heute ist der 11 dezember und natürlich geht es wieder weiter mit dem csgo adventskalender von mir heute gibt es wieder drei preise einen der erste preis ist natürlich auch wie ein bundle das k 20 cent mesh das ist ein skin von einem zuschauer von uns und von mir sie wissen natürlich in den kommentaren verlinkt show 2 nennt sich der typ glaube ich ich habe den namen ist nicht aufgeschrieben aber wie gesagt ist die profil ist eine beschreibung verlinkt dazu gibt es dann die klassische akalite bild zwei mal die erste preis für heute der zweite preis ist dann eine farmers chin sehe ich sogar dass auch ein sticker drauf ist und der dritte preis ist das nehmen wir dann heute ja auch kein million hat die letzten paar tage nicht ja okay die auch kamelius an der dritte preis für die leute die heute das erste mal einschalten und sich denken hey ich will auch bei diesem leisten csgo adventskalender mitmachen ich zeige euch jetzt mal kurz wieder teilnehmen könnt ihr schaut euch das video an also was jetzt gerade guckt geht und die video beschreibung der erste link da klickt ihr drauf da kommt ihr dann zum teilnehmer video diesem teilnehmer video erkläre ich was es zu gewinnen gibt wir an dem csgo adventskalender teilnehmen könnt und noch ein paar bonus inhalte kleiner spoiler um teilzunehmen müsste ein abonnent von mir sein beziehungsweise müssen wir halt abonnieren ist das video leiten das teilnehmer video steht alles im titel also titel steht die teilnehmer video abonnieren leiten und am kommentieren desto mehr kommentare hier unter diesem video schreibt also unter dem video was ich verlinkt habe in der video beschreibung desto höhere höher ist eure gewinn chance weil es immer wieder leute gibt es die das nicht verstehen so ja dann würde ich auch gleich mal die preise ziehen damit das video auch nicht zu lange dauert ich werde das in zukunft ist immer auf dieser webseite machen weil da die kommentare einfach viel schneller einladen und das eigentlich viel besser geht obwohl sie mir optisch nicht so gut gefällt wie die andere aber da sind die kommentare an fünf minuten reingeladen auf der anderen website brauche ich eine stunde und das ist das fakt einfach ab dass man da eine stunde wartet so der erste preis war das band mit das k 20 und ak jetzt schon 0 2 genau was ich noch vergessen zu sagen die gewinner von gestern setzte er heute sozusagen wieder aus ist schon 0 2 war gestern nicht dabei was mir das k 20 geoffert hat das günstig wieder zurück ja ok ist halt so das ist schicksal anscheinend aber er war gestern nicht bei den gewinnern dabei somit ist der preis sein preis der zweite preis ist was war die die farmers chen mit dem sticker sogar die geht heute raus an den lp mit spike der war gestern ebenfalls nicht dabei also geht sie dann dich und der dritte preis war dann die auch chameleon die geht heute raus an den traderino der wacke ist dann ebenfalls auch nicht dabei also geht es an euch 3 falls ja dort habe ich gerade kurzen aussitze das war es noch eigentlich wieder für die die teilnehmen wollen ich habe es euch erklärt also erst in der video beschreibung ansonsten gibt mir daumen nach oben auf dieses video und abonniert meinen kanal wer es noch nicht gemacht hat ansonsten war es das dann auch wieder für heute dann sage ich gleich ciao und bis morgen euer alex